herzlich willkommen zur größten fußballmannschaft der welt wir haben heute eine trick kombination für euch und zwar haben wir dafür vier verschiedene hütchen farben ihr könnt natürlich zu hause das ganze auch anders machen vier gegenstände nehmen und dann eben da die farben sozusagen anpassen wir haben für unsere gelbe farbe den trick sergio für die blaue farbe sedan für die rote farbe kreuf und für weiß den übersteiger ja so ich werde jetzt die farben kombination nennen und dann wird der armin diese abklappern und die verschiedenen tricks machen ja so gelb blau rot weiß gelb sergio jawohl blau sedan rot kreuf und weiß dann übersteiger sehr gut ja ihr könnt die kombination dann natürlich noch beliebig verändern das bisschen durcheinander bringen auch mal nur drei kombinationen bringt vielleicht auch manchmal fünf dass ihr ein hütchen oder zwei hütchen doppelt habt aber einfach die kids bei laune halten und ein bisschen für verwirrung im kopf sozusagen sorgen sehr anstrengende übung bleibt dabei übt das auch mit beiden füßen und stellt euer video dann in unsere gruppe hoch wir wünschen euch viel spaß beim üben